Hallo und herzlich willkommen bei der www.kiemelmedizakademie.de. Hallo Rainer. Moin Janitz. Oft ist es so, da isst man, stell dich vor, man isst den ganzen Tag, eine Woche lang, drei Wochen lang, vier Wochen lang, immer Nudeln mit Ketchup. Achso. Mit Ketchup. Nudeln mit Ketchup. Und irgendwann sagst du, boah, ich kann es nicht mehr essen, weil es war lecker, aber irgendwann sagst du, ich möchte mal was anderes. Ja. Und dann nimmst du die Nudeln und sagst, pass auf, aber statt Ketchup nehme ich heute mal Mayo. Ja. Oder egal was. Oder haust du Pommes drüber. Und schon hat die gleiche Grundfunktion sozusagen, die gleiche Basis, wieder einen ganz anderen Wirkungsgrad. Ja, im Markt. Im Markt, genau. Und das zeigen wir dir heute, wie wir das mit dem Style machen. Und zwar machen wir aus einem ganz normalen Achtachtel, äh, Vierviertel, machen wir einen schönen Swing. Und wird der Style, den ich immer spiele, wird einfach nochmal verswingt. Und tauglich gemacht für ganz andere Lieder. Genau, tauglich gemacht für andere Lieder. Und das zeigen wir dir, das geht so schnell und das kannst du dann nachher auch machen. Aber wir empfehlen trotzdem nochmal eben ganz kurz das große Style-Creator-Video, weil da zeigen wir das auch nochmal ein bisschen im Detail. Ja. Und du kannst wirklich viel, viel damit machen. Aber jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß bei dem folgenden Video. Genau, wir wollen also hier unsere Vorlage mal ein bisschen verbiegen und verändern. Und ich habe mir jetzt aber rausgesucht den Alten Schlager aus der Entertainer-Gruppe. Erste Seite, kennt wahrscheinlich jeder Alten Schlager. Klingt so. Typischer Acht-Beat. Ja. Also die Achtel. Ding, 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 ding. Kuno, korrekt. Schön durchgespielt. Und wir wollen daraus jetzt mal tatsächlich einen Swing basteln. Ding, 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 ding. Genau. Geht ganz schnell. Also. Sag der eher und das Video dauerte vier Stunden. Nein, wird es nicht. Es sei denn, du mit deiner angeschlagenen Stimme. Ich könnte auch ein bisschen, ja, habe ich immer noch, tut mir leid. So, Menü-Taste, Style Creator auf der zweiten Menüseite. So. Dann gibt es hier eine Funktion, die heißt Channel Edit. Ja. So, und jetzt gibt es hier wiederum einen Unterreiter, der nennt sich Groove. Darauf tippen. Den liebe ich. Ja, steht schon so in der richtigen Einstellung auf 8-Beat. Ja, ist ja ein 8-Beat. Ja, ist ein 8-Beat, genau. Wir können aber auch eine andere Quelle auswählen. Also 16, brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Mit Style Creator, da machen wir alles. Also da wird alles genau. Da zeigen wir dir alles genau. Aber jetzt zeigen wir dir so eine schnelle Lösung. Ja, genau. Und passend dafür, die Lösung, und zwar hier, Swing Faktor. Da können wir jetzt tatsächlich einstellen, wie scharf denn die Achtel-und-Noten. Also 1, 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Und ob die jetzt gerade sind, so wie sie jetzt gespielt werden. Oder jetzt mit der ersten Variante, Swing Faktor A. Wir können sofort reinhören. Jetzt am besten keine Tasten drücken, sondern nur hier starten. Da merkt man schon, aha, fängt schon leicht an. Gehen wir zurück. Das ist wieder schön gerade. Ja. Mit A fängt es leicht an zu swingen. Ganz leicht. B schon mehr. Da werden wir schon deutlich. Und jetzt kommt C. Da wollen wir hin. Schon haben wir. Und Dennis rappelt schon wieder im Kopf. Tausend Melodien flattern jetzt raus mit diesem Ergebnis. Wir können das jetzt stoppen. Und im Prinzip war es da schon. Jetzt nur noch nicht vergessen, wir können Execute drücken, um das Ganze jetzt auszuführen. Wenn wir das machen, werden die Noten auch sofort in den Style hinterlegt oder eingeschrieben. Ist dann der alte Style futsch und kaputt? Nein, nein, nein. Der alte Style ist ja ein Preset. Und der bleibt immer drin. Ja, ich frage mich meinen Vater. Okay. Wir können noch eine Nummer härter rangehen. Es gibt noch hier D, E und dann ist Schluss. Okay. Hören wir auch mal hier gerade, wie das klingt. Ne, wir müssen starten. Start. Scharf angeschnitten. Oh, cool. Das ist eher so das Sechzehntel. Ist weniger. Wem das jetzt noch zu wenig ist, das geht auch, wenn man jetzt tatsächlich auf E schon ist und sagt, ey, jetzt wird das noch schärfer punktiert haben, dann einmal Execute drücken. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann vielleicht mit A erstmal langsam wieder anfangen. Ja. Genau. Das ist das Prozedere und jetzt einfach mit D hören wir jetzt auf und sagen Execute. Jetzt wird das kurz eingerechnet. Und dann können wir das Ganze hier abspeichern. So, ich habe das schon mal vorbereitet. Ja, genau. Das ist eigentlich Quatsch. Das könnte man jetzt über Save 4. Ja. Und dann wird das jetzt überschreiben. Ich breche das mal ab. Sagen wir mal direkt hier den Close. Genau. Das ist eigentlich Quatsch. Hätte ich ja direkt den nehmen können. Das muss ich ja wieder hier wechseln. Da ist der. So. Alten Schlager Swing. Und jetzt haben wir das hier. Ah, eins habe ich noch vergessen. Einmal ist keinmal. Also wir müssen das Ganze, wenn wir das richtig machen wollen, für alle Bereiche entsprechend machen. Ja. Also geht so. Nochmal kurz rein. Style Creator. So, dann hier auf Channel Edit waren wir. Auf Groove. Wir waren jetzt gerade fertig. Jetzt nicht das Ganze nochmal machen. Weil hier steht jetzt wieder alles in der Neutralerstellung. Meint aber, dass das hier rauskommt. Das ist schon das. Okay. Und wenn wir jetzt wieder auf D drücken, sehen wir hier keinen Unterschied. Aber wir hören hier jetzt. Ach so. Nein, ich habe ja schon alle fertig. Ach, du hast schon alle gemacht. Ich habe das schon alle gemacht. Also auf jeden Fall ist es so, ich müsste jetzt für alle einzeln hier nochmal D einstellen. Ja. Umschalten. Und dann nochmal eins beachten, die Fill-Ins natürlich auch gerne. Also hier nochmal drücken, drücken bis es blinkt. Ja. Und dann habe ich den Fill-In ausgewählt und kann hier dann auch wieder wechseln. Das ist so eine richtig schöne Praktikantenarbeit, ne? Das geht nicht schnell. Das dauert eine Minute. Wollen wir mal live, haben wir ja nicht abgesprochen, mal irgendeinen anderen Style nehmen? Ist ja egal, also wir können ja so einen 8-Beat, keine Ahnung. Ja. Schön aus einem, wir können auch unsere Styles nehmen, das geht auch. Aber wir nehmen jetzt mal hier, ähm, was nehmen wir denn? Den hatten wir ja gerade. Fantasy Fox? Ja, Fantasy Fox. 8-Beat. Geht der auch? Ja, natürlich. Okay. Der geht. Also, Menü. Menü. Style Creator. Style Creator. Channel Edit. Mhm. Groove. Groove. Und, jetzt geht's los. Jetzt fang ich mal bei A an, dass ich nicht durcheinander komme. Ja. D, äh, äh, was haben wir gedacht, ne? Ne, was haben wir gerade? C. Ja, C, richtig. So, jetzt haben wir C eingestellt. Jetzt Execute drücken. Nächster. Der steht auf Off. C, Execute. Ja, okay, und so weiter und so fort. Ja, machen wir mal eben, dann können wir gleich alles durchspielen. Ja, okay. So, äh, C, das geht ja schnell, so, und den einen noch, zack, äh, C. Gut. Abspeichern, wir können das wieder schließen. Mhm. Speichern hier oben. Save here. Fantasy Swing. Und dann hier, ich nenne das mal hier, Swing. Ach, das wollen wir mal so schön machen, ne? Mit einem Wehrschritt dazwischen. So. Swing. Raus aus dem Style Creator. Rein in den Style. Und dann haben wir hier, wie ist er jetzt? Er ist ja noch rausgewählt. Fantasy Fox Swing. Und jetzt ist das das. Jetzt haben wir die Fill-Ins noch nicht gemacht, ne? Das, was ich gerade sagte. So, jetzt hast du natürlich, ähm, Zeit, 500 Styles. Zu verbiegen. Plus, äh, plus unsere ganzen Styles, einfach alle mal zu verbiegen. Und schon hast du einfach das Doppelte an Styles. Ja. So sieht's aus. Ja, schöner Tipp. Vielen, vielen Dank. Es gibt auch so ein paar Besonderheiten eben, wenn man schon mal einen Swing hat, kann man den auch wieder rückwärts verwandeln. Also wir gehen da auch im Kurs alle möglichen Varianten durch, auch wenn die schneller sind, 16-Beats, was man dann einstellen muss, das weicht ein bisschen ab. Ist das denn auch so beim SX-900? Ja, 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 genau so. Okay. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, bleibt gesund, geht bei uns auf die Seite www.kiew.de.de. Ich habe auch ein bisschen Husten, das tut mir leid. Aber es ist nicht das C. Gesundheit. Danke. Und, ähm, und dann geht mal auf unsere Seite und schaut doch mal ein bisschen nach, ich habe ja immer ein schönes Forum, wo dir immer geholfen wird. Oft haben wir so Kommentare bei uns bei YouTube, so wie geht das? Und dann schreibe ich meistens, ey, geh einfach bei uns auf die Seite www.kiew.de.de ins Forum und da wird dir einfach geholfen, weil wir sind ja nicht 24-7 bei YouTube. Ja, das ist ja. So ist kriege ich Ärger von meiner Frau und du von deiner. Und, ähm, da würde ich sagen, da wird dir geholfen. Ansonsten haben wir da auch einen schönen Job. Da kannst du mal ein bisschen gucken nach schönen Styles oder herrlichen Registrationen, ja, oder Multi-Pads, alles ist dabei. Und dann würde ich sagen, bis bald, sagen wir das noch einer. Von der www.kiew.de.de. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.